hey leute und herzlich willkommen zurück zur unreal engine heute geht es um folgendes wir wollen ein 3d modell importieren und wie man das macht ist natürlich sehr wichtig zu wissen wir werden hier dieses modell benutzen an der stelle erstmal dankeschön an den autor dass uns das ganze gratis zur verfügung stellt ihr könnt das ganze auch runterladen unter cgtrader.com und dann einfach free 3d models ihr seht hier oben selber lesen könnt ihr selber und ja das ist einfach der maskboy den wir gleich importieren werden den gibt es als max datei also aus dem 3d studio max oder als fbx datei von autodesk und zusätzlich gibt es noch einen map ordner werdet hier die fbx datei also wir werden mit der fbx datei arbeiten und mit der map datei oder mit dem map ordner das ist ein zipp ordner der die texturen enthält so und ja was wir jetzt heute machen wollen wir wollen dieses modell hier importieren dann wollen wir uns ganz kurz über skelette auseinandersetzen wahrscheinlich dann nächstes mal und in den kommenden videos werden wir aber mit dem standard modell arbeiten falls ihr schon mal mit dem first oder third person template gearbeitet habt da rennt so ein komischer charakter rum der einfach total hässlich aussieht aber tatsächlich alles hat was man braucht und vor allem die animationen hat die man braucht hier haben wir leider also wir haben eine animation aber wir haben leider keine möglichkeit die die renn und lauf animation ineinander fließen übergehen zu lassen solche coolen dinge will ich eigentlich auch noch mit euch machen und natürlich brauche ich irgendwie auch eine lauf animation die leider dieses dieses modell hier auch nicht hat deswegen werden wir dann in den kommenden videos einfach damit arbeiten also mit dem standard und jetzt geht es hier quasi sozusagen ums importieren was er normalerweise machen werdet ist ihr müsst dafür bezahlen also ihr könnt ihr gerade mal euch die preise angucken so viel zahlt man normalerweise für ein modell und teilweise sind die halt noch nicht mal animiert also hier unten geht es natürlich noch weiter einfach mal gucken vielleicht findet ihr da was aber wir wollten es natürlich hier kostenlos machen und ja wir werden dann in den nächsten videos wie gesagt mit dem gratis dingens arbeiten das schon bei unreal dabei ist aber hier geht es wie gesagt ums importieren okay also was ihr runtergeladen habt nach einer anmeldung logischerweise müsst ihr leider machen ist ihr habt hier einmal diese map.ra datei dazu braucht ihr winra achtung ganz ganz wichtig wenn ihr raar nicht öffnen könnt habt ihr winra nicht installiert und ihr habt eine maskboy.fbx datei die müsst ihr nicht irgendwie entpacken oder sowas die hier entpacken dann habt ihr hier so ein ordner ist map drin und hier haben wir dann texturen achtung wir werden das schwert hier nicht benutzen wir werden auch keine normalen maps benutzen alles ein bisschen zu fortgeschritten machen wir dann aber auch noch okay so als allererstes gehen wir mal hier in unseren content browser und erstellen uns einen neuen ordner den wir zum beispiel character nennen oder char oder maskboy sucht euch aus und da rein werden wir jetzt unser zeugs ziehen sozusagen importieren und das ist alles absolut mega easy einfach hier rein per drag and drop und schon habt ihr hier alle optionen die irgendwie beim importieren habt so also skeletal mesh was ein skelett ist dürftet ihr ungefähr vom menschen wissen das sind knochen die irgendwie zusammenhängen das ist eigentlich bei solchen 3d modellen ziemlich genau dasselber wir werden uns noch genauer mit diesen knochen und skeletten und so weiter auseinandersetzen mesh bedeutet einfach ihr kennt das wort mesh eigentlich schon von den türen zum beispiel das war auch ein static mesh static meshes können sich nicht verbiegen oder sowas das ist einfach fest vorgegeben skeletal meshes können sich verbiegen anhand der gelenke und der knochen das heißt die knochen sind der starre teil wie bei euch menschen eigentlich auch was heißt bei euch menschen ich bin eigentlich auch ein mensch meistens zumindest naja egal also bei den knochen kann man sich nicht verbiegen und bei den gelenken kann man sich verbiegen deswegen skeletal mesh und nicht static mesh so animationen werden auch importiert werden wir uns angucken nur ganz kurz wie gesagt wir wollen es dann noch mit den animationen genau auseinandersetzen wenn es an das das andere template geht ok animation length wollen wir natürlich nicht verändern hier eigentlich könnt ihr alles so stehen lassen also wir müssen hier absolut nichts verändern und einfach auf import all bam und schon sind wir dabei ja wundervoll und schon haben wir alles ein paar knochen konnten hier nicht gefunden werden following bones bones heißt knochen für die es nicht wissen die fehlen warum fehlen die jetzt naja ist halt irgendwas schief gegangen kann man kann mal passieren vielleicht habt ihr einfach pech gehabt wenn wir jetzt das ganze hier rein ziehen dann sehen wir schon irgendwie sieht ein bisschen anders aus warum sieht er so anders aus eigentlich hat es doch die materials also die die texturen mit importiert ja liegt daran dass die texturen hier wie ihr sehen könnt weiß sind wir werden jetzt einfach mal ganz kurz eine aufmachen und dann sehen wir schon das problem bam sie ist einfach naja es ist kein weißes ist eine ganz komische farbe aber es ist auf jeden fall nicht so wie es sein sollte ich meine einfarbige materials für modelle sind eigentlich absolut ungewöhnlich ich zeige euch noch mal kurz wie das im ordner aussah im ordner sah das ganze so aus das war das material also die textur tatsächlich die wir brauchen das heißt da kann was nicht stimmen was jetzt passiert ist ist folgendes ist hier irgendwas beim importieren schief gegangen es hat einfach diese texturen hier drauf gemacht das wird euch relativ häufig passieren macht aber absolut nichts ihr braucht jetzt einfach nur nachher die materials die wir im ordner haben hier rein ziehen machen wir gleich noch alles so jetzt noch ganz kurz was ist hier das ganze was hier alles passiert ist das hier ist ein skelettel mesh das haben wir gerade importiert alles gut gegangen sieht auch gut aus soweit ja ist eigentlich hübsch das ist die animation da drüber wird im nächsten video noch ein bisschen gehen und über skelette wird zum nächsten video auch gehen wir können hier einfach auch mal das skelett kurz aufmachen aber da werden wir dann wie gesagt nächstes nächstes mal noch drüber reden wenn ihr den maskball aufmacht dann seht ihr ihr kommt eigentlich in dasselbe fenster ich mache das mal kurz groß ihr kommt eigentlich in dasselbe fenster aber ihr habt einen anderen tab hier oben gewählt das heißt skelettel skeleton ist das skelettel mesh während mesh halt stopp mesh gibt euch das skelettel mesh während skeleton euch dieses ja skeleton eben gibt und die animation werden wir uns dann wie gesagt nächstes mal noch genauer damit auseinandersetzen das ist zu viel für ein video jetzt geht es erstmal noch kurz um die texturen dass die einigermaßen hübsch steht drauf sind ihr braucht eigentlich wie gesagt nur diese textur hier einfach reinziehen per drag & drop sowie gerade eben auch und ja wenn jetzt bei mir nicht so hier ok sehr gut so dann es wird automatisch als textur importiert man fährt drüber und sieht hier bam eine png das ist einfach eine stinknormale bild datei wurde aber als textur erkannt richtig geil und wir sehen hier auch wir haben fast 4k nicht ganz aber wir haben 2048 mal 2048 pixel ist schon ziemlich viel und wenn ich jetzt das aber hier drauf ziehen möchte da habe ich ein problem es ist nämlich keine textur es ist einfach es ist eine textur und kein material wir müssen ein material draus bauen deswegen machen wir rechtsklick drauf und dann machen wir einfach great material und nennen es zum beispiel character man matt so extrem leicht und ihr seht jetzt haben wir hier so was komisches wieso haben wir jetzt hier so was absolut komisches naja ist doch eigentlich ganz ok oder also ich meine es ist jetzt nicht mehr einfarbig ist sie zumindest sinnvoll aus einigermaßen und tatsächlich werdet ihr hier solche komischen dinge öfters mal haben als ja als materials so und das ding könnte jetzt tatsächlich auf alle drei fälle drauf ziehen ihr seht hier oben hat sich was geändert an den haaren hier dann einfach aufs nächste drauf ziehen bam schon hat er hier diese sachen bekommen das heißt die schienbein schoner ja und so weiter und so weiter die rüstung sozusagen und jetzt hat er eigentlich alles bekommen ziemlich geil und wir haben eigentlich unseren mask boy soweit wie wir ihn haben wollen und ja haben eigentlich alles importiert wir werden uns jetzt hier mit nicht weiter auseinandersetzen ihr könnt gerne noch ein bisschen damit rumspielen wir werden uns dann nächstes mal über die animation und das gelett unterhalten und genau dann geht es weiter im anderen template das war es meiner seite ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und wir haben uns beim nächsten mal bis dann ciao